Diese Frau verstehen doch sicher etwas von Eiern. Ist das ein Ei? Ein Ei. Ist doch viel zu klein. So, auffallend klein. Ich muss immer Salz. Es gibt Leute, die essen, die können das ohne Salz essen. Kann ich nicht. Auch Butter. Müssen wir. Die Dame hat den selten Hut. Ich auch. Ach, sieh, steiler. Pardon. Sprichst die Dame nicht Deutsch? Warte, wo fährst sie? Lachen Sie mit den Tschetschen? Excuse me, excuse me. Sie werden doch das Ding hier etwa nicht anzünden. Ja, warum nicht? Hier ist doch für Raucher, bitte. Nicht wahr? Hier ist nicht Raucher. Hier steht für Möhre. In einem Coupé, wo ich sitze, ist immer nicht Raucher. Pardon, in einem Coupé, wo ich sitze, ist für Raucher, weil ich mich in kein anderes Coupé hineinsetze. Und überhaupt, jetzt können Sie auf einmal reden. Und seit Salzburg bemühe ich mich, mit Ihnen ein Gespräch anzubauen, und da wollten Sie nicht. Jetzt will ich nicht. Regeln! Ach, das hat mir noch niemand. So etwas, das ist ja... Das ist ja... Da kann man nur... Und so etwas machen. Und so etwas, das ist ja... Engel, ich... Hier geht es. Ich bringe dich auch Fümür.